Wenn Sie Probleme mit Rückenschmerzen haben, ist das Sitzen häufig schmerzhaft. Darum bietet Fitform das einzigartige RCPM-Sitzsystem. Die Sitzfläche eines Fitform-Sessels mit RCPM macht drei bis fünf Mal pro Minute sanfte Drehbewegungen von 0,8 Grad nach rechts und nach links, während die Rückenlehne stillsteht. Die Bewegung ist zwar kaum wahrnehmbar, aber der Effekt in Ihrem Rücken ist groß. Unsere Wirbelsäule setzt sich aus Wirbeln, die aus Knochen bestehen, zusammen. Zwischen zwei Wirbeln befinden sich jeweils eine Zwischenwirbelscheibe, die mit einer gallartartigen Substanz gefüllt ist. Die Zwischenwirbelscheiben, auch Bandscheiben genannt, sorgen dafür, dass wir unseren Rücken komfortabel drehen und biegen können. Durch die Rückenwirbel laufen Nerven. Rückenschmerzen entstehen, wenn eine schlecht gefüllte Bandscheibe aus ihrer Umhüllung springt, was auch als Vorfallen bezeichnet wird und dabei an einen Rückenmarksnerv gerät. Durch die RCPM-Bewegung wird der Stoffwechsel in den Bandscheiben stimuliert, sodass diese in ihrer Position bleiben. Dank der kontinuierlichen Bewegung können vorhandene Rückenschmerzen gemindert oder diesen bereits im Vorfeld vorgebeugt werden. RCPM wurde in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Ärzten entwickelt. Dieses Sitzsystem ist für fast alle Fitform-Modelle verfügbar. RCPM von Fitform. Bewegtes Sitzen gegen Rückenschmerzen, weil es hilft.